So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Methods Outpost. Ja, was wir jetzt machen, wir starten ein neues Let's Play und zwar im Singleplayer. Der Grund dafür ist ganz einfach, im Multiplayer, wo ich davor mal ein Let's Play gehabt habe, ja, das ist halt verpackt und man baut Maschinen und die funktionieren noch nicht und das ist ärgerlich. Und deswegen machen wir es jetzt im Singleplayer, würde ich sagen. Ja, was ist neu hier? Wir spielen 1.2.5 und zwar mit Mods, wie Industrialcraft, Redpower, Buildcraft, Forestry und die Karte ist was Besonderes hier. Ich kann den Seed mal kurz zeigen, ist ein richtig langer. Also, den habe ich von einem Freund zugeschickt bekommen und wir müssen jetzt zuerst mal auf große Reise. Und zwar dahinter, einmal durch den Ozean. Ja, laufen wir gleich. So, und zwar habe ich vor, an dem Enderportal mein Haus zu bauen, weil wir den Enderdrachen töten können, dann hin und her reisen können und somit schneller Verzauberungen durchsetzen können. Die Landschaft ist zwar hier schon richtig schön, aber wir wollen zu einem bestimmten Punkt. So, und ich denke, ich fahre jetzt da schnell hin, beziehungsweise gehe da hin und wenn wir dann dort sind, ja, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Das ist hier aber auch eine richtig schöne Karte. Ja, oh, nicht anecken. So, jetzt sind wir da. Ja, was man von hier aus erkennen kann, da hinten ist eine Stadt. Ich weiß nicht, ob da ein Blacksmith mit dabei ist, aber das wird man sehen. Ja, was ich jetzt mache, ich setze zuerst mal hier eine kleine Basis auf, beziehungsweise hole es hier mal richtig ab, dass wir Platz bekommen. Und, ja, so, das denke ich, machen wir jetzt zuerst mal. Was ich noch mit dazu sagen muss, es ist hier halt echt, also, das, was ich im Multiplayer gebaut habe, das liegt mir eigentlich echt am Herzen. Aber wenn es halt nicht funktioniert, wie mit der vollautomatischen Diamantenfabrik, dann ist das schade. Und ich meine, dann spielen wir lieber Singleplayer. Da funktioniert das ganze Zeug, was ich bauen will. Und das, denke ich, ist dann ganz in Ordnung. So. Ja, also, bis gleich. Ja, also, bis gleich. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Ich habe ein, zwei Nächte überstehen müssen. Die großen Bäume sind auch schon langsam weg. Oh, komm. Okay, halt nicht. Nun ja, dann machen wir es halt so. Ja. Die, die spawnen schon langsam, haben wir hier gut Holz. Da machen wir uns schon Charcoal draus. Dass wir dann Fackeln bekommen. Ich werde jetzt hier gleich noch ein Haus aufsetzen ein bisschen. Mal zur Stadt drüber schauen. Beziehungsweise zum Dorf und hole mir da ein bisschen Weizen. Ja, wenn ich dann drüben bin, sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt sind wir da. Und merken gleich, es ist kein Blacksmith dabei. Und das sterbe ich. Alter, nicht so laut du. Ähm, das. Und dann pflanzen wir hier gleich wieder an. Schade, hätte mich gefreut, wenn ein Blacksmith dabei gewesen wäre. Ist aber keiner. Nun ja, ich farm hier mal das ganze Weizen ab. Und, oh. So eine Oase. Schauen wir da mal rüber. Eins und eins und eins und eins. Aber jetzt brauche ich schön langsam essen. Hm, was haben wir denn dabei? Komm. Jawohl, das war schon mal gut. Kein Hungerbalken. Den noch hinterher. Super. Schön. Ja, wie gesagt, mach das ganze Weizen weg. Und wenn wir wieder auf der Insel sind, melde ich mich wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Ja. Die Sonne geht gerade unter. Das heißt, ich sammle hier noch alles ein, was rumliegt. Oh, das liegt noch eine Sache rum. Macht ja nichts. So. Ich werde mir hier jetzt ganz schnell ein kleines Haus bauen. Beziehungsweise ein Loch graben. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht es nach unten. Und wenn wir was Spannendes finden, melde ich mich wieder. Die Zusammenschnitte immer sind unglaublich, oder? So, jetzt steht schon mal das Grundgerüst. Ja. Jetzt ziehen wir den Boden rein. Erweitern hier noch. Bauen ein Dach drauf. Ja. Und dann haben wir schon unser erstes Haus. So, jetzt sind wir wieder da. Ja. Und dann schauen wir hier gleich. Haben wir hier ein bisschen was gebaut. Können wir mal eine Supply-Übersicht machen. Ich war kurz ein bisschen farm. Da zeige ich euch gleich was. Hier noch was. Ich habe wieder neu picken gemacht. Schwert. Ja. Und Hühner habe ich schon hier drin. Setzen wir gleich mal den. Was? Warum? Ja. Ich habe hier unten einen Raum ausgehoben. Und dann grabe ich hier runter. Und wie gesagt, die Map habe ich von einem Freund zugeschickt bekommen. Beziehungsweise das Sie gesagt bekommen. Und hier geht es schon los. Ich würde sagen, spannende Sache. Das hört sich nicht gut an. Okay. Okay. Ähm. Ja. Gehen wir mal so rum. Noch schlechter. Andere Seite. Oh, nö. Okay. Wir müssen uns was anderes eifern lassen. Einen Moment. So. Jetzt haben wir hier einen kleinen Weg runter gebaut. Das hört sich nach Spinnenspawner an. Aber ich weiß nicht so. Oh. Schön. Ich habe noch nicht mal eine Panzerung. Also. Ich werde hier alles absperren. Zack. Und zack. Und zack. Wo geht es eigentlich hin? So rüber. Alles klar. Machen wir hier alles zu. Oh, schön die Bücherei. Und. Da alles zu. Und hier haben wir sowieso eigentlich alles. Okay. Dann baue ich die Treppe jetzt mal weiter. Und. Dann sehen wir uns, wenn ich ganz unten bin. Ich brauche zuerst eben Ressourcen. Wie Eisen und alles, dass ich mir eine Panzerung oder eine Rüstung eben bauen kann. Und ansonsten hat es keinen Sinn hier mit Capes bei das anzustinken oder so. Das funktioniert nicht. Alles klar. Bis gleich. So. Jetzt sind wir ganz unten. Man sieht es vielleicht am Schatten. Ja. Hier wird die Mini aufgebaut. Jetzt kann ich bloß noch ein paar Sachen zeigen. Zuerst mal. Haben wir hier schon Gold gefunden. Das Problem ist bloß, ich habe keine Eisspitzhockey. Bloß. Ja. Genau. Und dann habe ich noch was anderes. Mich verfolgt hier oben eine Spinne. Wenn man es auf dem Radar ansieht. Jetzt darf ich nicht mehr. Doch. Jetzt verfolgt sie mich wieder. Also es ist über mir ein Schacht. Hier ein bisschen Schacht. Den habe ich zugemacht. Und dann gibt es einen Cave Spiders Spawner. Der ist hier vorne. Aber ohne Rüstung laufe ich nicht zu Cave Spiders. Die bringen dich um. Und so schneller wie du schauen kannst. Die vergiften dich einmal und dann bist du weg vom Fenster. Das heißt. Wenn wir jetzt hier stehen. Da habe ich alles zugemacht. Da ein bisschen vor und dann runter. Also fünf Blöcke vor und dann runter. Dann müsste man bei den Cave Spiders sein. Aber das ohne Rüstung. Wie gesagt hat das keinen Sinn. Jetzt will ich nicht lang um den heißen Brei rumreden. Ich gehe jetzt wieder hoch. Verarbeite mal das ganze Zeug. Und wenn es jetzt hell wird glaube ich. Dann gehe ich mal in die Stadt wieder. Oder beziehungsweise ins Dorf. Und hole mir wieder. Ach du Scheiße. Es regnet schon wieder. Nun ja. Hol mir da wieder neues Brot. Beziehungsweise Weizen. Dass wir mit euch weitermachen können. Und. Ja. Fangen einfach schon mal ein bisschen an. So Öfen zu bauen. Beziehungsweise Eisenöfen und so. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao. So. Ich glaube die Episode ist auch bald schon vorbei. Aber. Dass wir wenigstens etwas Sinnvolles noch machen. Bauen wir hier einfach ein bisschen Getreide an. Und ein bisschen Zucker und Kaktus. Dass wir schon mal eine kleine manuelle Farm haben. Und ja. Was ist hier passiert. Ihr könnt es euch denken. Es war die Creeper wieder unterwegs. Nun ja. Ich setze das hier mal auf. Und. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So sieht es im Moment aus. Wer es noch nicht weiß. Jetzt machen wir kurz einen kleinen Kurs. Wir haben Wasser. Source. Also eine Wasserressource. und von einer Wasserressource kann man in jede Richtung 4 davon weggehen. Und das wird bewässert. Das heißt 1, 2, 3, 4. Bis hier hinten wird es bewässert. Sieht man auch. Also 1 weiter geht nicht. Und von hier aus geht es so drüber. Und dann geht es diamantenförmig weg. Also haben wir hier 1, 2, 3, 4. Markieren wir das mal. So. Und. Ja. Und von hier 1, 2, 3, 4. Das wäre dann hier. Das heißt. So. Also. Kann man sich das jetzt vorstellen. Ja. So diamantenförmig würde eine Wasserressource bewässern. Ja. Das war es so. Dass man das weiß. Dann. Dann. Ich gebe die Fackel wieder her. Ja. Da vorne haben wir ein paar Kaktus einfach so hingesetzt. Da gibt es richtige Farmen. Dafür. Da arbeitet man mit Schildern und mit Wassersystemen zum Abtransport. Oder. Wie wir es hier haben. Wir bauen einfach. Ähm. Ja. Eine richtige Form. So. Das war es eigentlich für die Episode. Und. Ich denke. Ja. Ein bisschen was habe ich gezeigt. Ich werde jetzt Form gehen. Und zwar unten in der Mine. Richtig viel Ressourcen abbauen. Und. Dass wir in der nächsten Episode die erste Form aufsetzen können. Und zwar will ich als erstes eine Gummibaumform haben. Weil davon brauchen wir viel. So. Also. Servus.